Himmlische Weihnachtsgeschenkideen aus der Music Store Blasinstrumentenabteilung. Ho ho ho, Engelchen, schau mal was sich hier unerhört ist in der Schublade von Erzengel Franke von Nabel. Was soll das darstellen? Ach Weihnachtsmann, was du immer denkst, das ist doch nur so eine neue Querflöte. Ach, eine Querflöte? Ja, er war unten auf der Erde und hat nachgeguckt, ob er nicht ein ideales Weihnachtsgeschenk für dich finden kann. Hm, das wäre natürlich was. Ja, das ist eine C-Querflöte, die komplett versilbert ist, mit einem weichen Klang, eine direkte Ansprache und die Mechaniken und Ventile ist dann auch noch aus Italien. Das klingt ja himmlisch, aber versilbert? Ist das nicht teuer? Ach Weihnachtsmann, guck doch einfach mal auf www.musikstore.de und informier dich mal. Und Weihnachten ist mal wieder gerettet. Himmlisch. Noch viel mehr stimmungsvolle Weihnachtsgeschenke für Musiker gibt's im brandneuen Katalog. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.